Pünktlich um 1959 brach Muezzin Sadatin Öztropak am heutigen Donnerstagabend im Festzelt vor der Pauluskirche mit seinem Ruf das Fasten. Öztropak eröffnete damit die Feierlichkeiten zum islamischen Fastenmonat Ramadan. Die ersten fünf Tage des Ramadan findet im Herzenhamst der vierte Ramadanmarkt statt. Neben Oberbürgermeister Thomas Hunstiger-Petermann und dem evangelischen Pfarrer Michael Bethke waren zahlreiche Gläubige und Interessierte zur Eröffnung des Marktes gekommen. Ich möchte euch allen bedanken, die heute mitgewirkt haben. Ich möchte jetzt zu Beginn des Dessens mich noch einmal allen bedanken, die ich hier mit euch zusammen sehr, weil das sehr gelungen ist. Bis zum kommenden Montag gibt es neben dem gemeinsamen Fastenbrechen zu Sonnenuntergang ein vielfältiges und informatives Programm an der Pauluskirche. Neben den Ständen gibt es täglich Spielfilme wie Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran zu sehen. Ich möchte dich auf den Tisch ein wenig. Nein! 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 Nein, nein! Nein! Ich gehe jetzt mal. 0.5. 155. Untertitelung des ZDF, 2020